Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich beglück euch mal heute mit einem anderen Video. Und zwar geht es einfach darum, wie kann ich als Retrie Bursten? Gibt ja schon etliche Videos, bla bla bla, ist ja klar, gut. Ich hab mal gedacht, komm, mach ich jetzt auch eins. Und zwar, es gibt ja drei verschiedene Burst-Skillungen in dem Fall. Und zwar basieren die eigentlich alle auf Heiligem Rächer. Und zwar geht es ja darum, in kurzer Zeit so viel Schaden wie möglich zu machen. Und da ist Heiliger Rächer einfach das Talent schlechthin. Geweihter Zorn zieht sich halt mehr in die Länge, macht auch viel Schaden. So ist es nicht, aber es ist mehr auf die Langzeit gesehen. Göttliche Bestimmungen eignen sich zum Bursten eigentlich so gar nicht, weil es halt Brock-basierend ist. Man kann es nicht gezielt einsetzen, während das hier ist passiv. Und das ist aktiv und kann man direkt benutzen. Kombiniert wird der Heilige Rächer in dem Fall entweder mit dem letzten Urteil, mit Seraphim oder mit Mächtige Siegel. Und ich werde auf alle drei eingehen. Wir fangen vom Schwierigkeitsgrad, sag ich mal so, beim einfachsten an. Das ist letztes Urteil, das ist nämlich passiv. Der Heilige Rächer ist auch zu benutzen. Das heißt, dann, wenn ich es brauche, mache ich es. Und bei den Glyphen, die sind zum Bursten eigentlich egal. Außer man wird das Ziel wechseln. Dann kann man Doppelbestrafung nehmen. Man kann, weil man dann 20% mehr Schaden macht, wenn man das Ziel wechselt. Und vorher auf ein anderes Ziel ein Richturteil gewirkt hat. Allerdings benutzt man das Richturteil nur bedingt. Wenn man am Ziel dran ist, braucht man das Richturteil nicht. Aber das werdet ihr dann noch sehen. Was man auch noch nehmen kann, ist halt immer die Glyphen, die Worte der Helligkeit. Weil man dann bei drei Heiliger Macht 9% mehr Schaden macht. Ist die Frage, ob man es brauchen wird. Wenn man es richtig macht, braucht man es normalerweise nicht. Weil es ist eigentlich eine Verschwendung. Aber das kommt dann immer drauf an. Gibt es da sonst noch was zu sagen? Nee, gibt es eigentlich nicht. Was wir jetzt machen. Wir haben den Richtspruch geskillt. Das ist das Talent hier. Und das wird auch als erstes drauf gemacht. Und dann geht es eigentlich direkt los. Das Makro dazu. Sieht übrigens... Ja, okay. Ich habe es jetzt vergessen. Ja, im Prinzip kann ich das hier nehmen. Weil es ist das Gleiche. Man hat zornige Vergeltung drin. Man hat den Heiligen Rächer drin. Und am besten gleich den Cast Hammer des Zorns. Dass man direkt zuerst den Hammer schmeißt. Das heißt, wir fangen jetzt mit dem Richtspruch an. Und drücken direkt unser Makro. Und dann geht es gleich los. Und wir haben rechts oben die DPS-Zahl sehen. Und ihr seht, ich benutze zum Beispiel... Wenn der ein oder andere Crit dabei gewesen wäre, wäre das deutlich besser. Man darf natürlich jetzt hier nicht vergessen, die Puppe hier, die haben keine Abhärtung, keine Dev-CDs und so weiter. Und kritische Treffer zählen, machen 200% Schaden anstatt 150. Davon nicht vergessen. Aber grundsätzlich ist es so, dass es die einfachste und auch eine der effektivsten Formen des Bursts, das man als Rätri hat. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Kurz und simpel. Wirklich viel gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Wenn man direkt am Ziel dranbleiben kann und sich wirklich um nichts anderes kümmern muss, dann benutzt man eigentlich immer Hammer des Zorns, letztes Urteil Nebenfalle, Kreuzfahrerstoß, letztes Urteil, Hammer des Zorns, letztes Urteil, Kreuzfahrerstoß, letztes Urteil. Bis halt die 20 Sekunden um sind. Natürlich benutzt man auch noch das Richturteil und oder eventuell Exorzismus. Das kommt aber immer drauf an. Also wenn man wirklich stur am Ziel bleiben kann, ohne auf irgendwas zu achten, dann sind es nur Kreuzfahrerstoß, letztes Urteil und Hammer des Zorns, weil mehr braucht man dann nicht. Ansonsten muss man halt Richturteil und Exorzismus mit reinpacken. Ja, wenn da noch Fragen dann sein sollen, ab damit in die Kommentare oder auf Twitter. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Burst-Video oder generell. Bis dann. Tschüss.